Wenn du denkst, dass eine Glatze die einzige Lösung für dein Haarproblem ist, hast du dich gewaltig geirrt. Dank der weltweit neuesten und innovativsten Nanotechnik werden feinste Elemente derart präzise in die Kopfhaut eingearbeitet, dass dein Kurzhaarlook täuschend echt aussieht. So wie der hier. Jeder Pigmentpunkt entspricht exakt der Dicke eines echten Haares, so echt, dass Leute mit bloßem Auge gar keinen Unterschied zu echten Haaren erkennen. Das Besondere an der Nano Haarpigmentierung von Eviter sind die eigens entwickelten Nadeln. Die sind dreimal so fein wie herkömmliche Nadeln der Haarpigmentierung. Also hör auf dich für deine Glatze zu schämen. Hör auf dir jeden Morgen nach dem Aufstehen und abends vor dem Zu-Bett-Gehen über dasselbe den Kopf zu zerbrechen. Es ist dann der Zeit, dich ein für allemal vor deiner Glatze zu trennen. Fühl dich endlich wieder attraktiver und selbstbewusster. Genieß endlich wieder deinen täglichen Blick in den Spiegel und bring alle in deinem Umfeld zum Staunen. Wenn du dich jetzt zurecht fragst, ob das mit deiner Haarfarbe überhaupt möglich ist und ob das wirklich natürlich aussehen kann, lautet die Antwort natürlich. Eindeutig, du kannst es dir denken, ja. Egal von welcher Art Haarausfall du betroffen bist und egal welcher Haar- und Hauttyp du bist, deinem kurzer Look steht absolut nichts im Weg. Denn für dich stehen zwölf hypoallergiene Haut- und Haarfarbtypen zur Auswahl. Alle dermatologisch getestet, keine Sorge. Deine Farbe wird genauestens und sorgfältig von Spezialisten an deine Haar- und Hautfarbe angepasst. Und um deinem Ergebnis noch mehr Natürlichkeit zu verleihen, wird bei der ersten Sitzung mit dezent helleren Farben gearbeitet und dann wird dein Ergebnis mit jeder Sitzung Stück für Stück, Schritt für Schritt dunkler, bis es dir gefällt. Und vor allem das Wichtigste, sogar deine Haarlinie wird nach deinen Wünschen gesetzt. Die Übergänge sind, wie du siehst, unfassbar weich. Hier sind eigentlich meine echten Haare, das ist die Pigmentierung. Sollten bei dir vor der ersten Sitzung allerdings noch Haare vorhanden sein, so wie bei mir, dann ist 0,1 bis 0,3 Millimeter die perfekte Haarlänge für die Durchführung der Behandlung und für die Anpassung des Übergangs in die echten Haare. Und wenn auch du eher der Ungeduldige oder die Ungeduldige bist und es nicht erwarten kannst, sich endlich allen in deinem neuen attraktiven Look zu präsentieren, kannst du beruhigt sein. Du erkennst bereits nach der ersten Sitzung eine komplette Verbesserung deines Haarbildes. Für deinen optimalen, endgültigen Kurzhaarlook bedarf es aber bei drei Sitzungen innerhalb von einem Monat. Ja, richtig gehört. Vier Wochen und dein belastendes Haarproblem ist alt für allemal aus der Welt geschafft. Die Pigmentpunkte halten in der Regel drei bis sechs Jahre. Es lohnt sich nach den ersten zwei bis drei Jahren eine kleine Auffrischung durchführen zu lassen. Dann sehen die Pigmentpunkte wieder aus wie am ersten Tag. Wichtig, diese Haarpigmentierung ist kein operativer Eingriff. Du bist unmittelbar danach gesellschaftsfähig. Lediglich die Kopfhaut solltest du drei Tage nicht waschen und eine Woche solltest du auf starkes Schwitzen verzichten. Ab dem fünften Tag nach der ersten Sitzung kannst du deinen Look erstmals perfekt rasieren. Hierbei empfiehlt sich allerdings unser auch eigens entwickelter Fünf-Kopf-Rasierer. Diesen 150 Euro teuren Rasierer erhältst du natürlich zur Behandlung geschenkt. Und ganz wichtig, solange dein Ergebnis nicht komplett verheilt ist, niemals eine Nassrasur durchführen. Das könnte zu Mikroverletzungen führen und die Haarpigmentierung trägt sich langsam ab. Wichtig, der Preis für deinen kurzer Look bei Elite hängt natürlich von der Größe deiner zu behandelten Fläche ab. Also worauf wartest du? Wenn du dich in deiner Haut aktuell nicht wohlfühlst, dann ist es längst an der Zeit, das zu ändern. Man kann nie früh genug anfangen sich für seine Lebensqualität einzusetzen. Hol dir noch heute deinen strahlenden gepflegten Look zurück. Ciao.